du küken ein küken hat mich bei meinem vater schon beschwert genau ein bisschen abschließen können mensch das lässt er mich auch so lange aufzufahren im rücken mark der hatte ich noch ein paar jahre waren gehalten falafel hat auch gedacht dann heben wir uns für später auf mit dem braun was starke nerven ich bin wie ein wein lange reifen pass auf dass du nicht so essig wird nicht dass du noch sauer wird schal sagt bei weinen glaube ich ja komm tobi letztes mal habe ich gesungen und gesummt hier jetzt bist du dran eigentlich wollte ich will den ohrwurm wirklich mal für diablo stil aufheben aber ich habe kein bock diablo aufzunehmen weil ich einfach viel zu weit bin und von vorne anfangen will ich einfach nicht mehr ah mist warum passiert das immer ihr kennt doch bestimmt das pony level ja klar das habe ich schon zweimal noch gar nicht gespielt ich habe das da in meinem let's play zweimal hintereinander sogar gleich erwischt oh das ist schön also wenn du das nächste mal da rein hüpfst und siehst diese ganzen einhörner und regenbogen ich habe die alle denken muss jetzt gibt's das pink fluffy unicorn dancing on rainbow also ich denke ich habe das einzige woran ich gedacht habe wo ich da drin war guck mal das pferd in der mitte geteilt ich habe mich weggeschmissen es war schon spät nachts ich spiele das so also habe gerade angefangen erstes level ein goblin ja 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 bunt ein portal ja ja so ging ich auch nicht ich also ich kannte diesen regenbogen goblin nicht und ich habe da auch gesessen was ist das denn jetzt gucke mal und dann gleich zweimal hintereinander also da habe ich gefeiert ich habe mittlerweile drei mal gehabt und ich bin erst irgendwie bei 40 oder so also bis level 70 habe ich ein vier oder fünfmal gehabt und seitdem glaube ich auch nur ein zweimal habe ich danach noch gesehen was wird dunkel ich sollte vielleicht mal ein paar lampen hier so am weg stellen oder vielleicht mal eine maßnahme so ach so war kein creeper kommt ist alles gut so zack 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 so jetzt habe ich auch musik schöne gute alte minecraft musik jetzt gerade läuft bei mir zum beispiel nichts die kommt auch noch sporadisch oder ja ja gut dann kann das kann ich noch nicht weg nehmen okay machen wir so nehmen wir treppen genau ich brauche schon wieder holz wieder gefahren macht nicht nützlos ich habe keine lust los arbeiten mal ich krieg das bestimmt noch hin kriege ich dann daraus 28 das reicht niemals los ich habe doch noch ist da nicht eben noch wie ganzer steakholz geil ist das geil also was schwein gehabt jetzt kann sich mal dezent vor der arbeit drücken so ich habe sogar den baum in unserem hintergarten eingebaut wo sind jetzt nur noch kompliziert der erste satz hätte man jetzt auch falsch auslegen er hat ja erst gesagt ich mach's mir mal wieder und dann kompliziert alles klar ja ja so das können kommen wenn wir vorlage machen nutzt du dir aus das stimmt ja also tobi überlegte gut was du sagst der nimmt sich jede vorlage vor ja nicht jede manchmal kriege also ganz oft kriege ich auch was nicht mit ne so fällt mir einfach nur Ratsch ein Big Bang was ist das? Ratsch ja der ist auch so Karten spielen und er immer gleich die rausgehauen ach so das meinst du oh ja das stimmt und er schwingt seinen prügel ach ne hier bin ich falsch ich will ja meine mine ich will mir das genick brechen beim runtergehen in meine mine weil ich das mit den leitern nicht auf die kette kriege ja die ersten funktionieren ne und wenn ich dann bei der dritten bin stürze ich einfach runter äh brauchst du dir dein haus sogar vor dir oh das ist aber ein mordsklunke was meinst du mich jetzt? ja wo bist du denn du ich seh dich gar nicht klunke? Wintergarten ich seh dich vom Wintergarten aus echt? alter! und er wollte extra so bauen damit wir ihn nicht sehen doch doch ich seh ich seh ich seh schon leuchten Holzdach ach kacke ich komm da nicht mehr hoch hast du Optifine an dass du ihn siehst oder was? äh hast du vier Blocksteine hoch? ja sehe mich die Tür? äh oder drei Blocksteine ein ne vier Blocksteine es sieht nach vier aus vier aus ja hast du recht es sind vier ja ich hab die ähm Kamerasicht sehr weit gemacht okay deswegen kann ich ihn sehen mach ich jetzt so? ja mach ich so hey ich seh sogar grad wo du baust ich hab die zwei Blöcke an der Ecke gesehen aber ich seh dich nicht ich seh dich ja ja man sollte aufpassen ich seh alles äh ich oh hast schon wieder weggeschmissen zack zack ich seh was du tust zack zack was du tut Fisch ich weiß was du letzten Sommer gebaut hast das ist ein geiler Titel für die Folge oh nein doch nicht da du Arsch du Arsch oh ein Hase hallo Häschen wo ist mein Schwert? so jetzt gibt's es einfach genau mach dich nützlich farm Fleisch nein ich baue meinen Wintergarten wo hab ich denn hatte ich nicht Gold irgendwo? oder haben wir doch ich hab noch drei Gold da ist noch Gold waren ja ich brauche ja äh Redstone und äh so für ich hab Gold noch ich will doch diese komischen Schienen da machen super zack und zack und geht auch so ne zack 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 so geht das nicht Redstone Würfel so geht das auch nicht naja so geht's nicht äh mh da bist du aber auch nicht anders ähm so 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 wie waren die Schienen noch? Außen Eisen, Innenholz naja das ich mein die anderen ja ach die Turboschienen ähm weil aus Gold und in Redstone funktioniert nicht ich hab's jetzt mit dem Stein und mit dem Barren äh probiert weiß ich grad wirklich nicht schon ewig nicht mehr gemacht äh ich weiß du wirst dich fragen ich google jetzt ich bin mal kurz äh ich bin mal kurz ich bin mal kurz ich bin mal kurz ich bin mal kurz weil ich mal kurz ах es gibt äh ich bin mal kurz seh k wir 融 ein bei bl ä Ein Sau-Stall sozusagen, weil das war das tiefste Lachen, was ich von einer Frau in letzter Zeit gehört habe. Das war richtig schön dreckig. Ja, so bin ich. Ich wollte als Holzzaun bauen, wollte dann die Materialien wieder zurückziehen. Ach, Mann. Okay, da ist das. Äh, was? Doch ein verkehrt? Wie kommt das? Nee, 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 nee. Scheibenhonig. Ja, ich sag doch nicht Scheiße. Nein. Oh, Mann, so ne Scheiße. Oh. Ich sag nicht Scheiße, ne? Kann man eigentlich Stühle bauen? Ja, ne? Was denn? Stühle? Nee. Wieso ist das falsch? Ach so. Oh, fail. Nee, Stühle geht nicht, leider. Warte, einen Tisch habe ich gerade. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Tisch geht, ja. Tisch geht, ja. Das müssen jaše ganz nie Foundation wollen. Tschö, ich sag nicht noch Kost. Die ist jaaal image. Nee, da war ich nach. Gesundheitsdruck. Sind mir ganz podium. Ich denke, dass wir doch einmal verlassen können. Was ist ja malочь. Ein Deutsch Franz. Ach so? das ist eine geile aufnahme ich habe ständig be right back bei mir im aufnahme kommt vor so so jetzt aber das geht aber nicht mit bruchstein ja komm dann kochen wir mal eine runde steinchen so ich bin jetzt mal ganz ganz dreist und schmeiß mal einen knopf ach scheiße das geht leider nicht ich wollte den knopf an den baum machen die tür dann zu öffnen das geht aber leider nicht guck mal ich hab doch hier gebackenen stein bin ich denn doof dass das nicht geht ich möchte jetzt keine antwort aber von unten geht das oder nicht da ist er doch stein ausprobieren zu hoch oder so genau so und dann brauchte ich nicht falsch ich glaube die 20 mir und sind schon um oder locken locken gleich schon der zweiten ich wollte halt ersten vorgeschaffen mann zweite ende meint ja ja also halbe stunde haben wir schon auch du scheiße und ich bin ja mäuselbauer würde ich sagen dann warst wenigstens mal fleißig du hast mal was geschafft ja ja schon großes haus hast recht ja na gut jetzt wo ich so von draußen sehe ja das ist schon stattlich das muss ich noch mal gucken wenn wir keinen spaß mehr hätten dann sind wir hier verkehrt ja auf jeden fall warum machen wir denn das alles hier weiß ich nicht spaß weil wir so gerne bauen ja wenn man so gerne hauen wir haben nichts zu tun in unserem leben wahrscheinlich deswegen weißt du hast der nächste tun spiel minecraft genau so kommt ran jetzt super ist eine doofe angewohnheit hier bei minecraft immer diese sagt ja das ist alter spaten so dass ich schön spaten kann ich dir machen oder will sie selber bauen Danke Ich hab noch einen Spaten Einen Klappspaten? Einen Klappspaten? Ne, kann man nicht einklappen, sorry Bisschen Spaten Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei Oh wei, oh wei, oh wei Ja genau Ne, spiel die nicht mehr Wie aber? Ah, nicht schon wieder Ne, nehm ich mit So, packe ich die erstmal hier rein Das, das, das Die ist auch Ah, immer dieses Dachbauen, das hält so auf Ja, also ehrlich Deswegen baue ich ja so nie Aber es wird schön Ja, das hoppen wir Dann könntest du jetzt unser Sommerhäuschen Genau, er baut uns Ist eigentlich mein Privathaus, aber ihr dürft gerne mal übernachten Oh, das ist aber nett von dir Auf Party WSB ist nicht kalt Aber bitte keine, keine Bomben mitbringen Keine Bomben Los, lass uns einmal übers Feld rennen und alle Creeper einsammeln, die wir finden Oh, Falafel So So Und so Ah ja, so und so, das kann ich auch gut Und so Und so Und so Und so Und so Das kann ich Weil das so ist und so gehört Dankeschön, ich versuch mir das so abzugewöhnen und jetzt fängst du wieder mit ab Äh, ich hab das ja auch so drauf So, 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 so Das soll also ein Dach sein Aha 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 Mhm 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 Kommt das Kommt das? Ja, kommt Er kriegt heute noch einen Herzinfarkt vor Lachen. Ah, fuck. Ah, den hab ich letztes Mal schon gekriegt. Ah, nicht schon wieder, du Kacktreppe. Kacknoob hättest du sagen müssen, das hättest du gepasst. Nein, Kacknoob nicht, nein, nein, Kacknoob nicht. Brauch von mir zu reden. Da fühlt sich gleich einer angesprochen. Immer doch, immer doch. So, dann bauen wir da mal. So. Ich hab Erde gefunden. Ja. Erde? Wo gibt's die denn? Juhu. Unter der Erde. Ehrlich? Scheiße. Da wär ich nie drauf gekommen, Mann. Echt nicht? Nee. Hab wirklich Bock mehr auszuhüllen. Also wenn ich jetzt hier mit dem Raum fertig bin, mach ich irgendwas anderes. Mal gucken. Mach das. Überhaupt was. Ah, ich hätt sogar noch einen Raum dann. Ah, kein Bock. Den letzten Raum, den mach ich heute nicht mehr. Das wird nicht reichen. Oder? 60 Holz. Kann ja mal versuchen in der einen Höhle, wo ich die Treppe nach unten gebaut hab, dass ich die mal ein bisschen ausleuchte, damit da nichts mehr spawnt. Das wär mal ne Maßnahme. Ne, ich muss mal mehr fahren. Und dann können wir die noch mal als Zwischenlager nehmen. Von dort aus dann runter bauen, zu eurer Höhle. Ich glaub so ähnlich hat's das ja auch gedacht, ja? Ja, unten ist ja die Mine. Du sollst ja von der Wohnung in die Mine im Prinzip kommen. Naja, das sind ja noch locker 40 Blöcke. Du Lutscher! Genau, du Lutscher! Wieso hört man das denn? Weil das wohl ziemlich laut ist. Weil das so laut ist? Ne, eben nicht. Ich glaub das Mikro ist einfach zu empfindlich. Welcher Schiene muss ich denn anfangen vorne? Muss ich so ne Antriebsschiene oder so ne Sensorschiene reinschmeißen? Jetzt ist das Antrieb. Würde ich auch sagen. Antrieb, ne? Einen Knopf hab ich ja auch hier. Wobei Antriebsschienen, da ist keine, da sind diese Redstone Dinger nicht. Du brauchst glaub ich erst ne Sensorenschiene. Und damit du, äh, hier Schwung riss. Ich glaub anders. Sensorschiene, äh, betätigt nur ein Schalter oder so. Oder ist, gibt ein Redstone Signal aus. Okay. Weil ich hab ja hier vier verschiedene. Ich hab Aktivierungsschienen, ich habe... Vier? Haben die welche dazu gemacht? Ich weiß gar nicht, ich kenn nur drei. Du hast ne Sensorschiene. Ja. Dann die Antriebsschiene. Ja. Die normale Schiene. Ja. Und die Aktivierungsschiene. Okay. Deswegen bin ich grad so ein bisschen irritiert, welche... Wobei die, ich denke mal, die, die, die Aktivierung ist glaub ich eher... Weil ich kenn's... Die hier... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.